Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Minecraft Let's Play. Ich habe ja angekündigt in der letzten Folge, wir werden jetzt mal ausräumen hier gemeinsam und das werden wir auch machen. Jetzt kriegen wir hier mal die Kisten auch schon voll, das finde ich gut soweit. Aber das wird jetzt ein bisschen dauern. Die Weizenkörner, hier haben wir zwar schon ein paar, aber die will ich jetzt trotzdem aufbewahren. Weil wir müssen ja irgendwas wieder anpflanzen und wenn ich die jetzt alle weg mache, dann haben wir ja keine mehr. Und das sollten wir auf jeden Fall stets vermeiden. Also das wäre nicht so gut. So, Süßbeeren kann man essen, sollte man nicht essen. Warum? Weil sie nichts bringen in Minecraft. Aber in real life würde ich die schon gerne essen, glaube ich. Why not? Kartoffels können wir hier reinpacken. Und da gucken wir mal, was man hier so alles hier rausholen kann. Diese blöde vergiftete Kartoffel da, das finde ich nicht so toll. So, pack einfach alles mal da rein. Ich sag da einfach da reinpacken. Und warum stellst du dich so komisch an, Junge? Okay, ihr seht schon, die Kisten werden troppens voll sein, wenn wir fertig sind. Ja, kann man machen. Why not? Why not? Deswegen haben wir sie ja. So, die kommen noch hier hin. Mhm. So, und dann hätten wir die erste Kiste jetzt ready. Du nimmst das raus. Super. So, und die Kartoffels kommen zu den Kartoffels. Ja, blöd sind sie ja Möhren. Ja, ohne Kartoffeln, ne? Hehe. Du Kartoffel. So Fleisch. Na, ne. Nee, Redstone brauche ich gerade noch nicht. Da, 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 da. Den Apfel und das Fleisch nehme ich raus. Weil Fleisch haben wir ja auch hier unten liegen. Ah, ich hab das noch gar nicht da drin. Was ist das? Hier haben wir noch ein Ei. Oh. Der Ei. Hat der ein Ei? Der hat da ein Ei. So, komm, alles da rein und dann sortieren wir nochmal neu. Ah, ich krieg keine Reihe voll, ne? Also würde ich schon voll kriegen, aber... Oh, ja, platz mal einen goldenen Apfel. So, machen wir so. Machen wir so. Muss mindestens eine Reihe voll sein. Ja, und jetzt? Ohne Gott, einen goldenen Apfel nach oben. So. Könnt ihr den aber auch hier hinsetzen, ne? Tatsächlich. Dann haben wir hier Wassermelonen. Dann machen wir mal hier hin. Ich kann das in Wassermelonen auch wieder Melonen machen, ne? Ist egal. Guck mal hier, wie viele Möhren wir haben. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir so verwöhnt sind. Und hier sind die Melonenkerne. Die müssen wir auch hier bewahren. Das ist Kakao, also nebendran bitte. Rote Biete. Ja, machen wir so. Die müssen wir auch einpflanzen. Dann müssen wir tatsächlich mal ausrechnen, wie viele Felder wir tatsächlich brauchen. Weil wir brauchen ja nicht alles voll zu knallen, nur um es voll zu knallen, ne? Und sie da reinzulegen. Und die wird jetzt immer dort bleiben. So, fertig. Dann nervt sie nicht mehr. Das Ei würde ich mir oben in die Farbe mitnehmen. Vielleicht schlüpft da ja ein Hütchen. Vor allem das, was hier ja drin lag. Das liegt ja schon so lange drin. Das muss ein Küken werden, Leute. Das muss einfach ein Küken werden. Krass, wie voll das hier ist. Also Karotten könnte ich mir ohne Ende hinter die Zähne schallern, ne? Ich bin Karottenman hier. Nicht der Brutaria, hier ist Karottenman. Komm, ich lasse die so liegen. Muss ich noch aufteilen. Pass auf, ich nehme das Fleisch raus. Hier ist eine drüber und hier packst du es wieder rein. Super. Hast eine Fleischkiste. Und hier sollte ich auch eine rausnehmen und die packst du auch hier rein. So. Perfekt. Und noch alles untereinander. Habe ich da so ein bisschen Essenskiste, ne? Die ich aber nie brauche. Weil im Endeffekt müsste das sogar, das müsste sogar hier raus. Weil das ist ja fertiges Essen. So. So ist gut. So gefällt es mir. So, die hätten wir ready. Die können wir aber auch jetzt noch auspacken, ne? Wenn wir schon dabei sind. Weil du müsstest... Moment, bleib du mal kurz da. So. Und, äh... Weizen raus. Ja. Das kommt noch hier hin. Ein bisschen, ein bisschen Concentration, ne? Also das mache ich auch zwischendurch, falls es auch nicht auffallen ist. Aber das kommt schon mal vor. Und das so, nee, 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 Blödsinn. Hier sind, nee, oben sind die Knochen. Da bin ich zu viele Knochen. Leute, guck dir das mal an. Weil, das reicht auch für die nächsten drei Jahre. Knochen und Knochenmehl. Ich finde, die würden gut zusammenpassen. Dann kann ich hier die Fäden noch ein bisschen rüberschieben. Super. Federn müssen wir dann auch noch gucken. Ich könnte die aber tatsächlich auch einfach hier reinlegen, ne? Ist ja kein Stress. Die nehmen wir für zu traden. Super. Und dann passt da nichts mehr rein. Dann würde ich sagen, Redstone, den kennen wir ja, wo hier ist. Die Fiole. Also ein kleines Bottles hier. Ich glaube, die waren... Nee, die sind noch eins weiter. Die sind hier drin. Blüpp. Und was haben wir noch an Tränken? Tränk des sanften Falls. Okay. Feuerresi. Nachtsicht haben wir noch. Also für den Tempel zu gehen, hätten wir schon mal die Nachtsicht. Das wäre gut. Da würde ich aber noch ein paar davon machen. Wir brauchen aber unbedingt die Wasseratmung, ne? Weil das macht keinen Sinn. Also ich möchte mich da nicht ersaufen. Nur weil ich da in den Tempel will. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt hier wieder rein. Das da raus. Das hier rein. Haben wir genug Gunpowder für die nächste ganze Woche. Als würde ich so viel verbrauchen. Niemals im Leben. Dann pack das jetzt mal dahin. Boah, so gefällt es mir. Boah. Wo ist sie da? Werkbank haben wir immer dabei. Wir können auch ein paar Raketen machen, ne? Könnte mal. Müssen wir aber nicht. Aber pass auf. Ein paar geht ja immer. Ein paar kann man ja immer schnell machen, ne? So, ich glaube, eins zu eins das Verhältnis, ne? Super. Okay, warum habe ich dann überhaupt die? Ah, ist egal, warum ich die rausgenommen habe. Wichtig ist nur, dass ich es habe. Perfekt. Super. Sieht gut aus. Du wieder rein. Nur durchtauscht mal. Vielleicht die G2 tauscht mal. Super. Boah, sieht doch geil aus. Das sieht doch richtig, richtig Schnitzer aus. Komm, und ich mach mal so. Ja. Cool. Cool, 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 cool. Die Erde können wir... Ich würde sie rausnehmen. Auf der anderen Seite denke ich mir so, mhm, wenn du die gleich noch brauchst oben, ne? Dann ist es besser. Ich hätte sie dabei. So, pass auf. Und da hier, das ist doch Goldkistchen, ne? Die machen wir jetzt auch noch schnell. Weil wir werden jetzt hier keinen Stress kriegen. So, eins, zwei, drei, vier. Mit denen fangen wir mal an. Du rein. Du raus. Ah, da muss Kohle rein oder irgendwas, ne? Haben die Hälfte. Und von der Hälfte die Hälfte. Mietekäste. Mietekäste. Ich hab's ja gehört. So, da. Und dann du rein. Und du kommst dann du raus. Und du rein. So, das brutzeln wir alles durch, ne? Also, das ist ja kein Stress. Komm, nehm mal. Ah, das ist viel zu viel. Viel zu viel, was ich habe, ne? So krass, dass wir schon alles, wie sie ja so gesammelt haben. Kann doch nicht dein Ernst sein. So, guck mal. Ein, zwei, drei. Sowieso nirgendwo was drin. Aber so, komm mal ein bisschen an Gold rein. Ran, ohne Stress zu haben hier. Das find ich halt gut. Der will die durchspannen. Super. Okay. Dann hier den Tiefenschiefer. Schaut, der war unten, ne? Und war in der Mitte? Der war in der Mitte. Haben wir auch schon ein bisschen was. Das brauchen wir halt, ne? Für unsere Ruine zu bauen. Dann hier noch ein bisschen was von dem Kerlchen. Super. Kannst du aber hier hinsetzen. Folierter Stein. Das ist ja mein Freund. Hast du. Ach, nach oben. Da stehen sie besser. Dann noch. Einen Helm hätten wir noch. Boah, der kann aber nicht schon nirgendwo sein. Du kannst doch nicht schon einen Helm noch dabei haben. Guck mal hier. Ja, bumm. Machst ein zweites Pimpi. Und dann noch die Brust weg. Super. Und dann haben wir es, ne? Da raus, da raus, da raus. Da raus. Dann hätten wir wieder eine weitere Kiste, die leer ist. Ich finde das halt immer wichtig, dass man das sauber macht, ne? Also, auch wenn das Ausräumen unfassbar lästig ist. Aber es ist halt so. Muss halt gemacht werden. Ja. Falsche Kiste. Hm, die. Ah ja. Aber sie füllen sich so langsam. Das find ich halt gut. Ich find das richtig gut. Macht Spaß. So macht das wirklich Spaß. Und hier hätten wir noch einmal Eisen. Hatte ich nicht irgendwo hier Eisen angeschmolzen? Da. Super. Hier rein damit. Kettenanzug. Du raus. Du raus. Du raus. Tag, ne? Das find ich jetzt nicht so geil. Das ist einfach nur schlecht. Das ist einfach nur schlechtes Wetter. Ach, da schwimmt der rum. Er hat eine Eisenbarren in der Hand. Und? Wo kommst du denn? In Eisenbarren? Oder ist das deine? Danke. So. Und hier müssen wir auch noch drum rum zu bauen, ne? Puh. Gibt so viel zu tun. Lassen wir es sein. So jetzt aber hier da rein, ne? Komm. Bisschen aufpassen. Und jetzt hier drunter. Na, das geht nicht. Das geht nicht. Müsste da viel flacher reinkommen. So. Hier. Eier. Huhn. Huhn. Sie wollen keine Hühner werden. Und euch geht's gut, ne? Oh, Bienchen. Komm. Hau raus. Er soll einfach hochfliegen können, ne? Falls du das nicht... Die kommt da nie wieder raus. Leute. Die kommt da nie wieder raus. Die Bienchen sind einfach gefangen. So ist es halt. Naja. Was soll ich denn machen? Also. Wir bräuchten... Immer noch ein Thumbnail für das letzte Video. So. Ich brauche aber besseres Wetter, Leute. Ich brauche wirklich besseres Wetter. Ich muss schlafen gehen. Aber es ist Tag gerade, ne? Ah, no. No, 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 no. No, no. Lass mich schlafen. Okay. Wieso? Ich setze einen kurzen Cut. Gehe schlafen. Dann machen wir weiter. Okay. Da bin ich wieder. Ich habe nicht mal schlafen können, weil es einfach zu hell war. Aber ich habe einfach die Zeit jetzt abgewartet. Und ich brauche hier auf jeden Fall noch ein kleines Thumbnail, Leute. Das wisst ihr ja. Ne? Das machen wir jetzt hier mal einmal so. Und dann fliegen wir da ran. Ist es näher? Noch näher? Noch näher? So. Thumbnail haben wir. Super. Haben wir. Ich finde das cool. Das ist mega geil. Viel einfacher, wie immer, so das ganze Montagedings zu machen, was ich früher gemacht habe. Aber gut. Also Eimer bräuchten wir auf jeden Fall auch noch. In dem Fall laufe ich da jetzt kurz mal dorthin. Weil wir müssen das Wasser da wieder rauskriegen. Oder auf der anderen Seite. Weißt du was? Du hast Erde dabei. Mach es einfach zu. Holst du dir später neue, ne? So machen wir das. Also zu, zu, zu. Erstmal machen wir alles zu. Und da gucken wir mal, wie wir es angehen. Wo sind wir in der Aufnahme? Wir sind ja noch richtig gut dabei. Also da kriegen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was gemacht. Ich bin auch noch immer so ein bisschen unschlüssig. Wie, wo, was. Aber es ist wie bei allem. Auch wie bei dem Weg beispielsweise. Es muss erstmal... Ja, man muss einfach irgendwo mal anfangen, ne? Das ist es halt. Wenn man dann bis angefangen hat, dann entwickelt der Rest sich immer von alleine. Also bei mir ist das so. Wir werden schon eine Lösung finden. Das stimmt. 100%ig werden wir eine Lösung finden. Naja. Entschuldigung. Und danke. Hier noch ein bisschen Erde. Boah, wie viele Löcher hatte ich denn hier gegraben? Ein bisschen zu viele, mein Junge. Ein bisschen zu viel, ne? Ein bisschen zu viel. Also. Oh je. Wir müssen hier unfassbar viel machen, ne? Okay. Es gibt viele Etagen. Es gibt viel zu tun. Lassen wir es sein. Pass auf. Wir bauen uns hier mal ein kleines, kleiner Scaffi Tower. Das ist unser Referenzblock, ne? Äh. Endeffektiv steht der falsch. Der darf gar nicht dastehen. Der muss unten stehen. Weil das ziehen wir ja aus bis unten hin. Und das ist halt das Problem. Weil das wird richtig krass. Weil ich glaube, hier müsste man noch alles viel weiter nach. Also ausziehen, ne? Dass es hier noch ein bisschen freier wird. Aber das geht auch nicht wirklich wegen unserem Dings da, ne? Also unserem Häuschen. Ja, gucke mal, ne? Das wird ein Großbauprojekt hier, ne? Vor allem da hinten muss ich noch das Gehege ran. Oh Leute, wir werden so viel buddeln hier, ne? Ich muss Reparatur auf die Schaufel kriegen. Der hat Haltbarkeit 3, aber ich brauche Reparatur da drauf. Also wir müssen es bis hierhin auslaufen lassen. Das heißt, hier muss auf jeden Fall noch zurückgebaut werden. Ich würde hier von der Kante relativ auf die erste oder zweite Ebene gehen, ne? Das heißt, dass ich alles so nach hinten drücke, ne? Das müssen wir dann machen. Hier muss dann ausgefüllt werden. Und dann müssen wir von hier nach hinten arbeiten. Dann gucken wir mal. Weil hier sind die Etagen zu nah beieinander. Die müssen auseinander gescratcht werden. Vielleicht fangen wir auch oben an. Dass wir hier... Da die erste Ebene, wie sie so ist, so lassen. Aber die ziehen wir hier so weiter rum. Und dann nehmen wir uns die zweite. Und dann bauen wir die... Ja, wir fangen oben an. Wir fangen oben an. Das ist das Glückste, was wir machen können. Ja. Aber wir brauchen Reparatur auf der Schaufel. Weil ohne geht das nicht. Bist du... Du bist ein Diamantentypi, ne? Ja. Pass auf. Dann brauchen wir erstmal Sticks wieder. Die Idee, also unsere Farm läuft ja noch nicht so gut. Okay, das hier wuchert mir definitiv zu viel zu. Also das ist zu stark. Das andere fand ich am Anfang sehr schön und so. Aber das hier ist zu stark. Ja, das ist viel zu stark. Da müssen wir... Ja, das ist halt blöd, ne? Wenn man da hängt, ne? Soll ich euch helfen? So. So. Gerne doch. Trotzdem nichts draus gelernt. Trotzdem nichts draus gelernt. Ist egal. Also die hier kann ich nehmen und die kann ich nehmen. Weil ich hab ja noch ein bisschen was drüben liegen, ne? Birkenholz kannst du auch mal die nehmen. Dann machen wir mal schöne Rutsche Sticks hier. Weil wir brauchen die. Wir brauchen. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie. So. Perfekt. Und dann schon wieder vier, die übrig bleiben. Dann noch die. Und dann machst du die. Dann machst du das hier. Und dann noch ein bisschen mehr von dem hier. Aha. Du bist jetzt voll. Komm, mal gleich wiederholen. Moment. Das Eisenbarren, der kann man ja noch rauslegen. Hier. Boom. Und das Rotten Flash, das wir ja da im Teich gekriegt haben. Das können wir hier noch zurückpacken. So. Dann heben wir die kurz noch auf hier. Und dann gehen wir mal handeln. Jetzt gehen sie eh sowieso alle wieder schlafen. Das ist praktisch. Wenn sie im Bett liegen, finde ich sie eh besser wieder. So. Wer hat ein Pfeil anhängen? Du. Aufstehen. Danke. Ja. Wir brauchen Emeralds. Tut mir leid. Aber was soll ich denn machen? So. Die hätten wir schon mal. Und dann machen wir wieder. Das Spiel von vorne. Kennt man doch schon mittlerweile. Und die noch ein bisschen untereinander. Super. Das reicht zwar noch nicht aus, glaube ich. Aber wir werden es rausfinden. Können es ein bisschen günstiger werden. Also der zweite. Du hast kein Pfeil anhängen. Ich hatte es doch gerade. Ja. Hier hängt noch einer mit Pfeil. Super. Oh, du wirst dich schon mal freuen. Nein, was machst du? Du sollst keine Pfeile machen. Ach, ich habe nicht aufgepasst, Leute. Ich habe nicht aufgepasst. Wie so oft. Das haben schon die ersten. Würde ich jetzt gerne hauen. Aber dann kommt der da auf mich zu. Ähm. Mit liegt hier noch ein Pfeilmacher? Nee. So viel zum Thema. Da sind sie einfach zu finden. Nö, nö, nö. Weil. Die sind doch gar nicht mehr alle da. Wir hatten doch mal. Ach ja. Das sind die Wasserfälle, ne. Habe ich in den Kommentaren gelesen. Die verletzen sich höchstwahrscheinlich und irgendwann sterben sie daran. Ach, guck mal hier. Du bist ein richtiger. Wir wollen mehr. Mehr. Und noch 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 mehr. 28. Ich glaube, ich brauche 32 war es. Aber ich habe noch ein paar in der Kiste liegen. Und ein Büchle. Mal hier. Oh, 46 haben wir. Nehmen wir uns schnell ein Büchle mit. Oder zwei. Ich weiß aber gar nicht, wie viel der will. Ich glaube, es war eins. Aber wir gucken mal. Dann kaufen wir uns Reparatur. Dann ballern wir den noch schnell auf die Schaufel drauf. Dann haben wir nämlich Ruhe. Und den da habe ich falsch getradet, ne. Ach, ist egal. Jetzt ist er angetradet. Das ist egal. Ist nicht so schlimm. So, Oculus Many. Wo bist du? Da. Bist du der Richtige? Nein, nein, nein. Ich brauche keinen. Ich brauche den Bibliothek. Hier, da. Mit einem schönen Hut. Super. Gutsamkeit. Ich brauche deinen Bruder. Entschuldigung. Die ganze Bude hier wach gemacht. Ne, ne. Das war ja auch nicht. Hat der sich wieder reingelegt? Oder? Lagst du noch nicht da? Gutsamkeit. Wo ist der andere? Kann doch nicht so schwer sein, die zu finden. Ah, hier liegt er. Ach. Na klar, immer der Letzte. Ne, 32. Das war schon mal gut, weil da kann man die Schaufel direkt reparieren gehen. Und wir schlafen direkt eine Runde. Dann haben wir das auch gemacht. So. Das finde ich eine gute Sache. So. Schnell nochmal hier schlafen. Hallo. Hallo. Ah. Irgendwo raus hier. So, ein bisschen Sticks haben wir noch. Die packen wir dann hier in die Kiste mal rein. Hier rein. Einfach so. Ja, ein Stack halte ich mir immer gern dabei. Ne. Komm, pack rein. Super. Die Bücher kommen wieder zurück. Und dann können wir schon mal wieder hochfliegen. Also dann fliegen wir einmal kurz. Äh, hier waren die Bücher. Erstmal den Amboss noch. Kriegen wir das ja nicht da drauf. Super. Und du. Und du drauf. Dann haben wir Haltbarkeit und Reparatur. Kostet zwei. Ja, easy going. Machen wir das. Fliegen wir kurz in die Farben hoch. Dann warten wir dort kurz mal kurz. Dann reparieren wir. Dann warten wir kurz mal kurz dort. Oh ja, klar. Gutes Deutsch. So. Fliegen wir schnell mal dorthin, ne. Vielleicht haben wir ja Glück dadurch, dass die Chunk, äh, diese Aktivheit da, ich weiß nicht mehr wie das heißt, ähm, aktiviert habe. Also ein größtes Radius. Vielleicht ist die ja auch aktiv die ganze Zeit. Ich würde mich drüber freuen. Aber glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Nein, die ist leer. Ist aber nicht schlimm. Hier auch wieder kurz einmal skippen. Sind gleich wieder dort, wenn ein paar Zombies da sind. Okay, 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 okay. Wir haben kurz gewartet. War jetzt höchstens eine Minute oder zwei. Und jetzt reparieren wir mal unsere Schaufel hier, ne. Mit der Schaufel reparieren wir die Schaufel. So. Das ist halt cool. Jetzt brauchen wir ein bisschen für die wegzuhauen. Aber das geht alles an die XP. In unserer Schaufel. Ihr seht's ja, das läuft sehr gut. Es kommt was zusammen. Man muss nur die Schaufel ausgerüstet haben, ne. So. Ich glaube, wenn ich sie in der Off-Hand halten, geht das auch. Aber ich mach das lieber auf Nummer sicher hier, ne. Dass wir die schön gemütlich da voll kriegen. Und dann wird das auch was. So. Ist halt wichtig, weil warum die, warum die ja Schaufel kaputt mache. Nur weil ich da ein bisschen terraformen will, ne. Also, insofern es was wird. Wir rennen einmal kurz rum. Vor allem die Creeper sind immer gut, ne. Das ist schon fast repariert. Natürlich fehlt jetzt noch ein bisschen was, aber ist ja egal, ne. Ist ja egal. Ich glaub nicht, dass wir sie so weit kaputt kriegen. Ja, ein bisschen Gold, ein bisschen hier, ein bisschen davon. Super. Na, Hexen drin. Hexen mag ich nicht. Ja, ja. So, jetzt brennst du mal. Jetzt kannst du weiter lachen, wenn sie möchtest. So. Das hast du davon. Kommt noch ein bisschen was. Hallo, 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 hallo. Ja, komm, das reicht uns. Das reicht uns wirklich. So, komm. Wir segeln mal dorthin. Wo müssen wir hin? Dahin. Da ist unsere Insel. Komm mal nicht in die andere Richtung. Ach, jo. Und dann gucken wir mal, ob wir das dann so langsam hinkriegen. Ah, das ist schön. Das wird richtig cool, ne? Wenn das mal irgendwas... Also, fertig wird es ja eh nie. Aber wenn es auf jeden Fall mal mehr wird, ne? Ich merke gerade, meine Kamera ist ausgefallen, Leute. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich muss da mal danach gucken. Moment, Moment. Wir fliegen erstmal runter. Wah, 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 wah. OBS hat eine neue Version eingespielt und die scheint ein bisschen rumzubacken. Finde ich nicht so geil. Ich hoffe nicht, dass die schon die ganze Zeit weg ist. Also, ich gucke mal kurz danach. Wir sehen uns gleich wieder. So, da ist die Kamera wieder. Also, ich weiß nicht, was los ist. Es sind aber bekannte Bugs zur Zeit, die da sind. Äh, finde ich ein bisschen blöd, wenn die Camp dann plötzlich weg ist. Naja, ist egal. Ähm, wenn ich das merke, ich hoffe nur, dass es nicht schon viel früher passiert ist, ne? Aber ich kontrolliere das ja immer, aber nicht so, so hundertprozentig immer, ne? Ist ja klar. Naja, ein bisschen blöd. Aber ich weiß, dass jetzt die Bugs halt da sind. Ähm, ähm, naja. Dann, ich hoffe mal, dass wir schnell Bugfixes nachschieben. Und dass wir das hinkriegen. Okay. So, pass auf. Hier haben wir ja gesagt, das lassen wir so, ne? Pass auf. Was haben wir denn hier für eine Struktur, dass wir das mal ein bisschen so anschauen hier? So, hier sind drei. Drei. Und dann gehst du auf eins rüber. Und dann zwei. Eins. Hm. Ja. Können wir mal gucken, dass wir das so ein bisschen hinkriegen, ne? So, so ein bisschen. Das muss ja nicht perfekt identisch sein. Aber hier, wenn ich auf drei bin, dann müsste ich hier auf vier gehen, ne? Super. Und hier würde ich dann... Genau, das hier. Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Super. Da kann man das hier schon mal definitiv mal wegmachen, weil das brauchen wir jetzt nicht mehr, ne? Müssen wir mal gucken, dass wir das hier sauber in den Felsen da einarbeiten. Also den kleinen Hügel, der hier seitlich steht. Aber das hier kann auf jeden Fall schon mal weg. So. Müssen natürlich jetzt noch auf die andere Seite wieder sauber zuziehen, aber das ist nicht schlimm. Aber das hier muss jetzt mal weg mit dem Speck. So. Und der muss noch da bleiben. Jupp, das kann man so machen. Dann schaufeln. Jupp. Da, da, da. Und dann noch vier. Super. Das ist schon besser. Ja, sieht doch gut aus. Kann man machen. Vier, drei, zwei, zwei, eins drehen. Und dann fünf. Okay. Das kann man so machen. So, jetzt guck mal trotzdem, dass ich vielleicht mir denke, dass das hier dauerhaft meine Mitte trotzdem bleibt, ne? Pass auf. Ich mach die jetzt dann mal weg. Dann guck mal das einfach an, dass wir das spiegeln, ne? Also das wird tatsächlich eine Weile dauern, bis wir das jetzt hinhaben, ne? Eins, zwei. Und dann müssen wir eins nach hinten. Ich weiß, das hier kann man auch noch wegmachen. Dann übertragen wir das ein bisschen, ne? Das würde ich halt schön finden. Eins, zwei, eins, zwei, eins nach hinten. Und dann müssten es drei sein, ne? Eins, zwei, drei, vier in dem Fall. Wir können aber auch auf drei gehen. Dann hätten wir zwei, drei, zwei, drei. Okay. Zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Und hier dreht man um, ne? Super. Auch mal hier eins. Eins, zwei. Äh, dann bräuchte ich hier drei. Dann kann ich hier noch ein bisschen wegmachen, weil das brauche ich so nicht. Ne? Dann eins, zwei, drei. Vier. Und dann würde ich hier wieder reingehen. So. Drei. Zwei. Und aus. Super. Vielleicht hier noch ein bisschen ziehen. Ja. Ist besser. Ja. Viel besser. Hier noch. Ja. Perfekt. Dann hätten wir die erste Ebene schon mal gemacht. So. Jetzt müssen wir natürlich hier alles austauschen, ne? Ist das ja klar. Oh, ist das ätzend. Okay. Ich glaube, es ist besser, wir buddeln die erst mal wieder aus. Ne? Ist es dann später wieder einzusetzen. Und dann hätten wir die erste Ebene tatsächlich schon mal geschafft. Wow! Weil wenn mir das nachher auch gefällt. Ich weiß es auch nicht, hundertprozentig sicher, ne? Wir können uns aber hier einmal auf dem Scafi Tower mal... Was brauchst du da? Mal kurz angucken. Da steht noch einer falsch. Ne. Das passt. Das wäre die erste Ebene. Die finde ich aber gut. Auch wenn sie hier jetzt weiter rausläuft wie hier. Aber das ist okay. Sie darf ja trotzdem eine natürliche Grenze, soll sie darstellen, ne? So, und jetzt müssen wir mit der... Müssen wir auf jeden Fall schon mal hier hinkommen. Und dann so hier raus. Oh, das wird auch noch mal geil. Ich überlege aber gerade, ob ich den Weg nicht anlegen soll zuerst, ne? Ja, das wäre vielleicht auch nicht gerade so unklug. So, einmal schlafen. Au. Kann mal vorkommen. Dann passiert mal sowas, ne? Hehehehe. Okay. Wahnsinn, Wahnsinn. Eins, zwei, drei, vier. Okay, okay, okay. Cool, 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 cool. Kriegen wir hin. Kriegen wir wirklich hin. Okay. Äh, dann fliegt trotzdem wieder. Er mag es zu fliegen. Ah, doch, guck mal, das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Aber wir müssen das jetzt hier ein bisschen ausziehen, ne? Und das hier, das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. So, ich würde sogar sagen, hier fangen wir an. Super. Also, so ein bisschen, bisschen, bisschen länger ziehen, das Ganze. So, und hier kannst du dann anfangen. Das ist schon die dritte. Wir müssen die hier ausziehen, ne? Das erste. Ja, hier setzen wir an. Drei, eins, zwei, drei. Eins, zwei. Ja, drei, vier. Eins, eins, zwei, drei, vier. Okay. Okay, wir müssen mal gucken. Das hier ist Blödsinn, was ich gezählt habe. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Das reicht mir aus. Zwei. Und dann eins. Und dann drehen wir, ne? Ich will es ja trotzdem gerne noch ein bisschen länger ziehen, glaube ich. Ja. Die sind noch ein Stückchen mehr. So. Ja, und dann hier können wir drehen. Eins, eins, zwei. Eins, zwei. Dann müssen wir hier anfangen zu buddeln. Okay, dann muss die Etage hier mal weg. Pass auf, dann haben wir hier. Das ist besser. Das ist wirklich schöner. So, und hier ist die Mitte, ne? Ich würde dann sagen, wir kommen dann so hier raus. Ja, vielleicht noch eins weiter. Da, da, also da hin. Ja. So machen wir das. Ein bisschen schön Terraformel hier, ne? Muss halt, muss halt, muss halt ein bisschen laufen. So, pass auf. Dann kommen wir doch zu dir. Du müsstest dann da hin. Und dann würdest du dann zwei. Und dann kommen wir genau hier raus. Super. Machen wir zwei, zwei, drei, drei, zwei. Also zwei. Eins. Ne, ne, das sind ja die, die bleiben müssen. Du nuss. Du nuss. Also zwei. Zwei. Ich kann meine Hunde randalieren gerade. Warte. Noch nicht sicher. Aber das könnten wir hier auch einfach so auslaufen lassen, ne? Dass man hier den Kreis zieht und hier, hier donnert es einfach an die Wand ran. Das ist doch schön. Doch, doch, doch. Das ist schön. Weil da könnten wir hier vielleicht sogar noch ein bisschen anders machen. Pass auf. Das hier entfernen wir erstmal. Wir werden einen Teil davon gleich wieder hinbauen. Aber ich habe, ich habe eine Idee. Da können wir es geschwungen machen, ne? Nicht immer so Teller für Teller, der sich nach unten zieht, sondern geschwungen. Ja, dann nutzen wir uns ein bisschen mehr die Umgebung. Das finde ich halt schöner. So, wo sind wir in der Aufnahme? Ja, ist ja klar, dass das ein Riesenprojekt wird, ne? Natürlich schon am Ende wieder angekommen hier. Das finde ich halt nicht so geil. Aber so ist es halt. Was soll ich denn machen? Kann es ja auch nicht ändern, ne? Pass auf. Dann würde ich sagen, hier. Hier machen wir das. Die läuft an für sich schon gar nicht mal so schlecht. So, das hier musst du auf jeden Fall füllen. Müssen wir nur mal gucken, ne? Es kann sein, dass wir das Plateau jetzt noch ein bisschen nach hinten ziehen müssen, weil es schon viel zu groß ist. Das kann halt sein. Aber erstmal fülle ich das Loch hier auf, dass wir uns das mal anschauen können, ne? Ist immer besser, wenn es erstmal gefüllt ist und nur den Überschuss weg, den wir dann tatsächlich nicht brauchen, ne? So. Tuch raus. Die kann man schnell noch so machen. Die zwei, da haben wir ja keinen Stress damit. Oder die drei, die noch sind. Hier ist noch einer. Bleib schön da drin, Spinnchen. Ja. Ich würde sagen, wenn wir hier so ziehen, hier, dann würde ich hier noch ein bisschen weiter gehen, ne? So, dann würde ich hier sogar sagen, mach hier vier. So. Genau. Und dann eins, zwei, drei, vier. Und dann ziehen wir hier um die Ecke. So, hier ziehen wir um die Ecke. Das ist aber ein bisschen viel dann. Fünf. Fünf. Und dann ziehen wir, genau. Jetzt muss man anfangen zu wenden, ne? Und zwei. Dann noch ein bisschen weiter. Hier. Eins, zwei. Ja, jetzt kommen wir. Und dann gehen wir rüber. Genau. Hier gehen wir rüber. So. Das weg. Eins, zwei, drei. Super. Ja. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, eins. Und läuft aus. Super. Da haben wir hier so einen kleinen Schlenker drin. Den hier ist mal vielleicht noch ein bisschen viel. Wir gucken ihn mal an, ne? Also, ich bin mal noch... Das ist ja alles so... Das ist ein Stehungsprozess, Leute, ne? Das darf man sich auch nicht drauf festnageln. Gut, das sieht aber jetzt nicht so geschwungen aus. Ja, da muss man nachbessern, ne? Das ist halt so. Muss mal gucken, was überhaupt dabei rumkommt. So. Jetzt sind. Nach oben wollen wir. Ja, ist okay. Also, der Anfang hier ist gut. Dann würde ich hier aber noch ein bisschen schneller hier die Kurve machen. Das hier läuft schön aus in die Richtung, ne? Nur, obwohl die läuft an für sich ganz gut aus. Aber ich glaube, wir setzen es noch eins nach hinten, dass der Plateau hier nicht so hoch ist. So, machen wir das. Wir verkürzen jetzt das Plateau oben. Doch, doch. Der läuft gut. Der läuft wirklich gut. Wir müssen jetzt alles nur um eins noch... Also, ab hier würde ich dann sagen, ne? Das heißt, den, 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 dann den, 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 den einen hier. Das ist halt immer so ein bisschen blöd, dass wir übertragen. Aber wir sind hier in der Lage, kurzzeitig uns die paar Blöcke da zu merken, ne? Super. Dann würde ich hier aufhören. Ja. Wir müssen uns nochmal angucken gehen. Aber schön mal da rauf. Schön mal da rauf hier. Schön auf den Turm. Gingst du es hin? Nein, nein, nein. Uh! Ich bin fast abgestürzt hier, ne? Ja, bis drauf. Bis drauf. Also, da muss ich noch ein bisschen üben, ne? Dass das noch ein bisschen perfekter wird. Aber es geht. Ja, guck hier. Sieht doch schon gut aus. Aber das ist halt die Arbeit. Die müssen wir jetzt da reinstecken. Das sind ein paar Stunden Arbeit, aber dann haben wir es. Guck mal hier, das ist doch schön. Ich würde sogar die oberste hier nicht so rund machen, sondern ich würde sie hier wieder ausziehen, ne? Komm. Das machen wir noch für die Folge. Dann überziehen wir zwar ein bisschen, aber dann haben wir das abgeschlossen. So. Die würde ich hier dann einfach so machen. Drei. Tu weg. Ne? Was haben wir denn jetzt hier? Eins, zwei. Dann Weg. Dann da, da, da. Dann würde ich hier rüberziehen. Super. Und dann würde ich hier schon reingehen. Ja. Drei, drei, vier. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Das ist falsch. Das ist falsch, was ich da mache. Die muss noch ein bisschen schwingen. Die muss hier noch erstmal hin. Drei. Genau. Dann zwei, eins. Und jetzt kannst du rüberkommen. Eins, eins, zwei. Eins, zwei, drei. Super. Jetzt haben wir den Schwung drin. Super. Und das kann, das hintere, das müssen wir dann wieder ausfüllen hier, ne? Ist ja klar. Das wird natürlich jetzt nicht ausreichen an Erde, was wir haben, aber wir können ja schon mal einen Anfang machen. Das ist ja immer das, so was zählt, ne? Haben wir noch ein bisschen was? Super. Vielleicht schaffen wir es dann trotzdem noch. Das wäre schön. Lassen wir das schön da auslaufen, ne? Müssen wir das natürlich bis ganz nach hinten durchziehen, ne? Und da müssen wir dann so dann nach hinten abarbeiten. Weil jetzt einfach zu sagen, ne, dann geht es früher ein bisschen runter, das funktioniert leider nicht. Das Plateau muss saftig bleiben, Leute. Nein, muss es nicht. Nein, nein. Es muss aber schön aussehen. Deswegen müssen wir hier weiterziehen. Ja. Es muss hier alles, die ganze Fläche muss hier ausgefüllt werden. Weil sonst wird das nix. Ja. So ist das halt. Wer ein schönes Feld will, also ein schönes Feld möchte, sollte er dann auch vernünftig dran arbeiten, ne? Hier noch fünf. Ja. Also das hier muss noch aufgefüllt werden. Jetzt könnte man aber hier schon sagen, hey, weißt du was, mach die Pie hier weg, weil wir sind ja über die Kuppe drüber, sozusagen, ne? So. Arbeiten wir sie hier noch ein bisschen schön aus. Oh, boah, das kann man machen. Müssen wir hier nur gucken, dass man das dann... Drei. Bitte. Ja. Ja. Irgendwann ein bisschen gucken, ne? Hier. Zwei. Dann würde ich die eins. Und dann eins, zwei. Eins, zwei, drei. Super. Dann müssen wir das hier noch auffüllen. Und dann hätten wir das schon mal soweit. Das ist cool. Das kann man aber in der nächsten Folge machen, ne? Für diese hier brauchen wir auf jeden Fall noch was. Femmes. Femmes brauchen wir noch. Also würde ich sagen, bevor wir das Femmes jetzt hier machen, müssen wir kurz noch Erde holen gehen. Dann hätten wir die auch schon direkt mal für die nächste Folge direkt mal schon bei uns, ne? Dann direkt die Taschen gefüllt mit Erde. Wir haben keine Kohle, wir haben Erde. So ist das halt, ne? Die Frage ist, was ist mehr wert? Hände immer von der Situation ab, ne? Ist so. Bom, 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 bom. Nimm dir, ja, nimm mal ein paar Stecks mit. Passstecks mit. Ja, das ist mir zu verwuchert jetzt, ne? Also, also am Anfang war es schön, aber es wächst ein bisschen zu stark, ne? Wir müssen das ein bisschen einkürzen wieder und dann wird das was. So. Tschüss, 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 tschüss. Boah, die letzten hier noch. Und dann haben wir das, ne? Dann gehen wir auch schnell noch eine Runde schlafen. Dann haben wir nur dezent überzogen, aber dann haben wir wenigstens mal die zwei ersten Ebenen sozusagen abgeschlossen. Und es fehlen nur noch acht Stück oder so oder zehn. Ich glaube, es waren zehn oder elf oder zwölf. Ich weiß es nicht. Naja, ist auch egal. Okay. Okay. Die hier, die muss man dann wieder weiter ausziehen, ne? Die schwingen wir dann immer so schön, ne? Die müssen auch nicht immer gleich schwingen, ne? Wir können auch mal eine machen, die jetzt andersrum läuft, ne? Aber ich wäre noch ein bisschen vorsichtig damit. Und vor allem bis hier unten hin ins Tal. Puh. Man, nur Meter, Kilometer, ne? Da haben wir was zu tun. Bietchen, wie geht's dir? Gut. Das haben wir schon mal geklärt. Mal kurz mit der Bienenschnür gesprochen, ne? Ist halt wichtig. Kannst du bitte jetzt funktionieren? Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, das mit der Cam. Da bin ich mal gespannt, wie lange uns das jetzt ärgern machen wird. Bis das dann behoben wird. Aber so ist das halt. Es sind halt Software, die kostenlos sind, ne? Sollte man auch nicht, äh... Oh, perfekt. Zu viel drüber meckern. So. Seht ihr, was ich meinte? Okay, läuft das jetzt sauber aus da hinten, ne? Deswegen war es auch wichtig, dass der Hügel hinten runter geht, ne? So, das haben wir jetzt. Die Ebene hier. Die ist schön, weil hier ist sie ein bisschen breiter. Hier könnte man noch ein Stückchen auffüllen. Aber hier geht's ziemlich zügig runter, ne? Und dafür hier aufzufüllen, das wird halt heftig, ne? Aber müssen wir höchstwahrscheinlich machen. Ja, also die nächste, die würde ich schon fast so lassen, wie sie ist. Die werden wir dann hier kappen. Aber das gucken wir in der nächsten Folge, ne? Es sieht gut aus so. Es gefällt mir. Ich würde sagen, das ist das Thumbnail. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V, ne? Hahaha.